Musik Ich will das mit meiner Mama noch machen. Die Sterne halten da so Smarties. Die sind lecker. Ich mag die am liebsten, die ich bei der Challenge Tina bekommen habe. Ich habe diese schon welche mit meiner Mama gemacht. Die sahen mit Schokolade eine Seite so geringelt und dann weiß auf der anderen Seite. Man braucht Mehl, Zucker, Milch, Butter. Wir haben das dann alles in der Riesenschüssel gemacht. Dann haben wir alles gemixt mit einer Mixmaschine. Da habe ich auch ganz viele Teile reingemacht. Wir haben es erst mal noch mit der Küchenmaschine. Das hat so einen kleinen Schneebeet und das rührt damit das Ganze um. Wir haben den Teig mit der Rolle glattgerollt. Meine Mama hat die in den Backofen gesteckt. Im Backofen wurden die dann richtig hart. Da sind Gäste gekommen, da haben wir sie gegessen. Der Nikolas und der Lulian, mein Bruder und ich. Und dann haben wir angefangen, die Glasur drauf zu machen. Und noch Zucker und dann fertig mit dem Plättchen backen. Das wäre schwer wie mit der Liebe. Untertitelung des ZDF für 90 Kfz